Disco 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 Herzlich Willkommen zurück zu Let's play Minecraft Wir wollten unseren Lagerraum Fertig machen Ich glaube ich mache das nämlich so Nein nicht ganz bis oben Weil ich das Anders möchte Jetzt fällst du auch warum das so ressourcenlastig ist Moment irgendwas geht dann trotz Ach so da habe ich eine Lücke gelassen Oh grad sagen Jetzt kann ich zwar so lassen Dann mache ich nämlich hier in der Mitte Und hier in der Mitte Und dann hätte ich gerne Also warte wie viel ist das Eins zwei drei vier Fünf sechs sieben acht Neun zehn drei Und zwei Dann machen wir das nämlich so Dann können wir eine Säule hier mitten in der Mitte machen Mit was Kann man hier mal dieses andere sieht Und dann können wir Tatsächlich Oder granitz Nee ist zu wenig Ich muss Ich mag da nicht noch granitz suchen Wir nehmen einfach nochmal Bruchstein Moment Ging das nur mit clean stone Und das da Zwölf Zwölf Moment Du gehst da rein Und du kommst raus Du gehst da rein Und du kommst da raus Und du kannst jetzt wieder reingämmen Jetzt haben wir Wir machen nämlich jetzt mal Steinziegel Mal gucken wie das aussieht So als Stütze Das sieht gar nicht schlecht aus Ja Passt Und hier um die Säule machen wir so Und so weiter Wer nicht genug hätte Habe ich keine Kohle mehr Ja ich könnte erstmal Schilder machen Also Um Schilder zu machen Brauche ich ganz viele Stöcke Es ist wahrscheinlich Viel zu viele Schilder Du bleibst jetzt mal hier Machs jetzt Ähm Du bist Erde Ne Erde Erde Und Nee Ich glaub nur Erde Weil das ist ne Was mach ich denn hier Warte Hier ist wertvolles Wertvolles Glänziges Gänziges Glänziges Das ist die falsche Klammer So Rüstung Werkzeug Und Waffen Monster Drop Und Wie die Adventure Map Greenpeace Äh Irgendwas muss ich noch in diese Ecke tun Dann ist es etwas abwechslungsreich Ja Ja Und also hier Wenn die da Erde ist Das ist hier Stein Stein Also wobei das Also alles Steine Ähm Äh Sand Und Kies Hier machen wir Trank Äh Alles rund Um Tränke Ähm Alles rund um Tränke Wollen wir das Brauchen wir noch Ich muss kurz überlegen Holz 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 Alles Gekraftetes Rüstung Wertvolles Glänziges Wertvolle Waffen Joa Essen Nö Essen mache ich dann oben Weil Jedes Mal für Essen hier runter zu gehen Ist doof Was fehlt noch Was fehlt noch Dekoration Baublücke So Ähm Weißt du also Bekraftet Das können die Schilder hinpacken Erstmal weil die nichts anderes haben Dann also Holz Dann mache ich nur kurz was hin Und dann da Nur als Beispiel Und dann bei Stein Das ist eine Sitz Beispielsweise hier Ander Sitz Und da hier Das hier Und der normale Bruchstein Der ist Natürlich am meisten Kommt hier hin Und der normale Stein Würde natürlich hier Auf zwei kommen Ah das Äh den brauche ich zwar noch Denn wertvolles Und glänziges Können die Sattel hinpacken Natürlich die Gold Ausrüstung Die Diamanten Eisen Das würde ich sogar hier Beanspruchen lassen Sonst habe ich hier nichts Alles rund um Tränke Hier Tränke Oben Zutaten Eine Workbench Wäre vielleicht noch Sinnvolle Aber erstmal muss ich gucken Ich glaube es reicht nämlich schon Nö ich finde es passt Zum Raum Sehr schön Und jetzt müssen die Fackeln Etwas anders setzen Oder Moment Wir machen es einfach über jeder Also da ist klar Aber Das passt Ich brauche mehr Fackeln Kann ich nicht mehr rumfackeln Monster Drop Also hier Alles rund um Tränke Kommen auch Spinnenaugen Und so hin Ähm Habe ich denn noch was Knochen Apfel Nee Das Lapis Lasuli Ich glaube den Eimer Nee Das behalten wir mal So Den Rest brauche ich noch Den Eimer könnten wir noch hier Dann haben wir eben erstmal Also ich finde jetzt Nimmt das langsam Gestalt an Dann haben wir hier noch was Holz Brauche ich noch Brot Und so weiter Stein Können ja erstmal dahin packen Einfach nur weil es aus Stein besteht Glas Glas Das können Also ich glaube Glas zählt Letztes Mal Ist das Dekoration Das ist Steinstufe Das ist Knochen würde ich auch noch Runter Monster Drop hinpacken So jetzt gefällt es mir Das reicht erstmal Können nämlich zu Stein Noch Zeugs packen So Wir können jetzt langsam von oben Herunter machen Also das würde ich sagen Ähm Die Erde beispielsweise Das Holz Das Glas Die Sättel Und so weiter Eigentlich brauchen wir auch Eine sonstige Kiste Sonstiges Wäre vielleicht Schlau Und zwar genau hier Und vielleicht hier dann Wenn wir Willhutzer Kalt haben Dass wir da Gras Stacks machen Lässt sich besser bauen Dekoration Also Glas Roskaninchen Das nicht Natürlich Warum habe ich das mitgenommen Weizenkörner Das kommt bei Greenpeace hin Kaninchenfell Son Hier gewalt Ja Da 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 und das heißt sonstiges und ist extra auf der anderen seite da kommt sowas sich farbstoff rein und alles was eigentlich nicht in eine truhe passt ist nur eigentlich so draußen wächst eine akazie die sättel und das glas und das spinnzeug sonst habe ich nichts das holz können ja immer gebrauchen darum lasse ich das erst mal was hast du noch drin also farbstoff spinne auge das da eine eisenhacke lapis lazuli kies goldner apfel schadplatte wo habe ich die schadplatte hingetan hatte vorhin eine mitgenommen hier habe ich natürlich nicht hier drin gehabt irgendwie dann eisen haben wir ganz viel eisen redstone können wieder so ein vierer block machen wenn ihr dann mehr haben können immer noch mehr machen birkenholz sehr gut gläste und stelle das ist bis jetzt nur farbstoff drin aber da können die beispielsweise auch was reinpacken keine ahnung wertvolles haben wir noch nie die nicht die gehört ihr den behalte ich eher dran aber die emeralds so wunderschön also sonst haben wir schüsseln genau er die musik hat mich schon ein paar mal die muss jetzt nicht noch mal kommen so kies kies richards sand und kies sand habe ich leider gar keinen aber kies ist wichtig beispielsweise für die 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 wege knocke wir haben pilz da können aparece germif envy ist zu werkzeug können die laка fkiej naja genau sprengpulver oder schwarzpulver eher gesagt habe nix werke zum holz können du möchtest auch das hier packen und das spinnenauge noch hier in mir glaube ich passt es erstmal um will ich nur essen haben damit alles stimmt monster zombies momenten geister finden endlich ihre meister und jetzt wäre mein nächstes ziel definitiv und ist leer cool dann würde ich sagen wir sowas sind oder eben zeugs dass sie gerade wahrscheinlich noch brauchen werden lava also ich glaube unendliche lava kann man nicht herstellen das weiß ich gerade nicht wo es kann ich mal hier rein ein bisschen eisensatet nie so wir haben gerade dabei können los ich brauche nur obsidian ja nur obsidian und zwar ich brauche sogar etwas mehr wir haben eine höhle gehabt nur kurz obsidian holen und dann wieder sagt zurück ein bisschen kohle und so weiter natürlich auch mitnehmen aber ich will einfach einen verzahmungstisch dann das erleichtert schon sehr sehr viel ich glaube was ist da hinten und mit den spawnern müssen die gucken wie dann mal eine höhle daraus machen ihr wisst was ich meine war das hier hallo ich habe alles vergessen wer bin ich hallo schaf war das hier ja hier war es ist vielleicht erst mal essen weil es rot essen ja 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 ab die jahren und dann können wir auch ein dorf suchen später als aber ich habe kein holz aber es macht nichts das sah aus als würde die kuscheln voll niedlich wehe die sackgasse muss ich bewohre ein bisschen runter graben vielleicht wäre es sinnvoll wasser mitzunehmen ah draco das intelligenz warum habe ich denn was einmal nicht mitgenommen weil ich so denn würde ich sagen können wir trotzdem bisschen holz mitnehmen also hier hat es doch eine höhle war eine scheißhöhle naja hätte ja sein können ja ja immer diese hätte ja sein können ja ja so jetzt haben wir ein bisschen holen was habe ich jetzt gerade gemacht bin ich behämmert ich bin wahrscheinlich kurz rumspazieren grund herumgegangen und dann wieder zurück ja toll hast du toll gemacht akku np es ist nacht lass mich so aber natürlich sagen wir sehen das nächste mal wieder